Ich will mal eine sage Sachen, Digga, und ich sag das jetzt nicht, weil ich irgendwie denke, ich bin jetzt irgendwie der Gott von Motovlogs, aber ich muss ehrlicherweise sagen, das ist gar kein Front an gar keinen so, aber ich privat gucke mir sehr wenig Motovlogs an, weil, und jetzt hört mir zu, vielleicht werdet ihr es fühlen, vielleicht auch nicht, Digga, viele Motovlogger schaffen es nicht, dass... Alter, was war das? Mein Handy, Digga, what the fuck, Junge war es laut. Holy shit, Alter. Äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Bruder, hab ich mich grad erschreckt. Junge, dachte grad ganz kurz, mein PC ist explodiert. What the fuck. Ähm, viele, also, ist nur meine Meinung, Chad. Und sag mir gern gleich, wie ihr es, äh, seht, ob ihr meine Meinung teilt oder nicht. Aber, was schwierig ist bei Motovlogs, ist einfach, dass du ein Video rausbringst, was so, sagen wir mal, neun, zehn Minuten ist, wie es viele machen und das schwere, also, schwere, die Kunst dabei ist einfach, diese neun bis zehn Minuten mit, mit Sachen, äh, voll zu packen, wo was passiert. Wisst ihr, wie ich mein? Und das, das schaffen leider ganz viele nicht, Digga. Und das ist auch ein Grund, warum ich privat fast keine Motovlogs schaue. Weil bei vielen Motovloggern ist es halt so, dass, es ist so ein Random-Vlog, wisst ihr, die fahren halt rum, quatschen so ein bisschen, aber es passiert nicht die ganze Zeit was. Und es ist auch ultra schwierig, das so hinzukriegen, Digga. Ich sag jetzt auch nicht, dass bei mir, äh, bei mir, in jedem Video das anders ist. Ich versuch's zumindest so zu machen, dass meine Motovlogs oder meine Videos halt einfach, mh, weiß nicht, kompakter mit, also, mehr Content ist. Wisst ihr, wie ich mein? Eins entscheidet, wie ihr es fühlt, zwei, wenn ihr, wenn ihr sagt, all die Fresse und laber, kein Quatsch. Ja, okay, die meisten fühlen's, die meisten fühlen's, Digga. Ja, und das ist auch, äh, wirklich soll gar kein Front sein, äh, es gibt bestimmt auch todesviele Leute, die, die Kulowu feiern, die Knatter-Crew feiern oder Blackout oder alle anderen so, so. Ähm, aber ich find halt, dass, dass bei vielen es meistens in den Videos so ist, dass halt nicht wirklich viel passiert, Digga. Wisst ihr, wie ich mein?